The Cloud Forever! Wir sind berühmt! Und unsterblich auch noch! Aus dem Weg, Jungs! Tja, es ist nie zu spät, seinem Traum zu folgen! Hau mal sechs Fuß! Bei Nickelodeon kannst du ganz einfach die Sprache wechseln. Geh dazu einfach in die Einstellung deines Digital-TVs und wähle dort als Sprache Englisch. Yeah! Und so, that's how you do it! Gleich, willkommen bei den Lounge! Raus aus den Federn! Alle in den Bus, die Reise beginnt! Und rein ins Getümmel! Mit den brandneuen Folgen von den Lounge! Noch mehr Gags! Niemand legt sich mit den Lounge an! Komm schon! Und noch mehr Überraschungen! Wir haben ein neues Sicherheitssystem! Ich find's genial! Nicht verpassen! Willkommen bei den Lounge! Die neuen Folgen, nächste Woche, Montag bis Freitag um 18.50 Uhr. Nur bei Nickelodeon! Jetzt kommt die Werbung! Bereit für ein Pokémon? Büchern! Jetzt im Happy Meal! In der heutigen Wie ist das denn passiert-Geschichte? Alia hier aus dem Community Center. Zack stellt gerade den Weltrekord im Jonglieren auf. Während Aula und Paisley einen Hitsong singen. Und es regnet Tacos! Mehr Geschichten findest du auf lego.com//kids. Mit Freunden machen Geschichten mehr Spaß! Bist du bereit für ein Rennen mit Spidey und Finn? Pass auf! Bäm! Wir lieben die coolen Rennbahnen von Carrera! Ja, super! Endlich meine Geburtstagsfeier! 25 Jahre Spongebob Schwammkopf! Ich bekomme das schwammtasteste Geschenk ever! Ein cooles Online-Spiel, in dem du mich suchen kannst! Wollen wir spielen? Geh auf nick.de slash Schwammkopf und spiele wie ein Schwammkopf! Mit etwas Glück gewinnst du tolle Preise! Gewonnen! Verpasse außerdem nicht meine besten Folgen aus Bikini Bottom! Ich freue mich auf euch! Spongebob Schwammkopf! Täglich bei Nickelodeon! Das war die Werbung! Nichts kann Max und die Halbritter aufhalten! Wildschweine! Drachen! Sehungeheuer? Vergiss es! Es gibt nur ein winzig kleines Problem! Sei dabei, wenn vier Freunde losziehen! Um ihr Königreich zu retten! Max und die Halbritter! Die neue Serie in einer Doppelfolge! Nächsten Samstag, 19.15 Uhr! Bei Nickelodeon! Immer sprinten durch das Haus! Nichts als Mädels, welch ein Haus! Auf und zwar, die Zeit ist echt knapp! Klap, klap, klap! Wäsche back, ich bin bereit! Funktioniert, aber halb so wild, denn das Ganze hat auch so ein ziemlich magisches Ende gefunden! Bei Nickelodeon kannst du ganz einfach die Sprache wechseln! Das ist, was wir tun! Geh dazu einfach in die Einstellung deines Digital-TVs und wähle dort als Sprache Englisch! Ja! Awesome! That's how you do it! Live! Willkommen bei den Lounge! Ihr solltet alle von hier unten verschwinden! Du willst echt, dass wir rausgehen? Aber draußen regnet! Auf das Abenteuer folgt ein neues Abenteuer! Für mich sieht es so aus, als ob mir gleich alles in die Luft fliegen wird! Doch dieses Mal haben sie Verbündete! Oh, ich hab voll die Hüftschmerzen! Ich glaub, ich werd ihm nicht helfen können! Sind sie der Herausforderung gewachsen? Wir kriegen das hin! Wir sitzen alle in einem Boot! Verpasse nicht die brandneuen Folgen von die Abenteuer der Teenage-Mythen Ninja-Tuttle! Samstag und Sonntag um 15 Uhr bei Nickelodeon! Rate wie ein Schwammkopf! Und hier kommt die Antwort! Sandy! Unicorn Academy! Hier dreht sich alles um Magie, Freunden... Uno Quattro! Rate wie ein Schwammkopf! Nur eine Person unter dem Meer muss im Herbst laubhaken! Wer ist es? Sandy, Gary, Mr. Krabs, Karen! Die Antwort gibt's nach der Pause! Wer hat Lust auf ein paar schreckliche Gruselgeschichten? Wir natürlich! Haha, perfekt doch! Fangt schon an mit euren Gruselgeschichten! Freut euch auf eine Woche voller Gruselspaß! Süßes oder saures, Margarita? Mit schaurig-schönen Episoden rund um Halloween! Die wachen sich jetzt schon in die Hose! Das wird bestimmt gut! Die Spuktastische Woche! Nächste Woche, Montag bis Donnerstag, ab 13.50 Uhr! Nur bei Nickelodeon! Immer sprinten durch das Haus! Nichts als Mädels, welcher Graus! Auch und zwar, die Zeit ist echt knapp! Wäsche, Berg, ich bin bereit! Windeln schlinken, meiden, weit! Für den Jungen gar kein Problem! Ihr werdet sehen! Bei den Lachen! VDR in 3.50 Uhr! Bis zum nächsten Mal.